hallo leute herzlich willkommen zu einem neuen kleinen video und zwar heute warframe ich war wieder mal mit finger unterwegs von daher in schweizer deutsch natürlich und finger wird mir erklären wie ich zum archwing in warframe komme ich bin noch nicht so ganz im spiel drin wie er aber das game an sich macht extrem spaß und ja ich habe es einfach mal aufgenommen ihr könnt es auch ein bisschen als tutorial brauchen weil mir finger einiges erklärt in dem video also ich wünsche euch viel spaß und bis dann ciao ja dann gehen wir halt noch e-gate haben wir jetzt e-gate gemacht ich weiss nicht wo es angeklickt ich weiss nicht wie die mission heisst extrahieren die blaupausen für die archwing bauten das ist das ding das jetzt kommt ah das ist jetzt doch eine andere nein nein es ist einfach wie der reine was ist das jetzt ein quest oder was weiss es nicht dort wo es ding drauf ist das faderkreuz aber ich weiss nicht mehr ob es vorher schon auf dem gs oder ob es auf einem anderen gs ist also weiss ich meine aber ich habe schon das mit dem faderkreuz das kann ich noch das weiß ich dass ich noch nicht mag das kann ich noch das weiß ich dass ich noch nicht mag das kann ich noch nicht mehr so sehen dass wir die ersten noch gefunden dass wir irgendwie das ist ja wer kann man mal schauen vielleicht noch was es da gibt ja das ist ein überlebens scheisse 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 ja kann sein dass wir es da oben haben haben wir uns noch nicht mehr so sehen dass wir uns noch ein bisschen mehr so 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 ein Und dann hier reinfetzen oder was? Äh, da sind wir die Nässe. Du hast dich ja auch schon gemacht. Also so eine. Okay. Und vom Himmel runter, die sind voll gestrackt. Hier, der, das siehst du. Und jetzt steht da die Energie. Jetzt müssen wir das auffüllen. Und die Grabzeit, wie lange das wir noch brauchen, das ist öpplich. Okay, jetzt müssen wir uns beschützen, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, wir müssen den galt. Wir müssen immer wieder auffüllen, oder? Ah, das ist fertig. So, nein, ist auch nicht fertig. Wo ist das Bewerb? Ah, da hinten? Ja. Schau mal, was wir haben? Schau mal, was wir haben? Schau mal, was wir haben? Schau mal. Der Excavator ist bereit zu gehen. Keep it powered and protected from enemy fire. Hast du Strom dabei, Mann? Ja. So, ich glaube, je mehr wir von diesem Scheiss sammeln, umso mehr kommt es rüber. Laut, oder was? Aber ich weiss einfach nicht, ob das auch für die Quest-Ziele gilt. Okay. Aber da kannst du mega viele Ressourcen sammeln. Das ist halt schon das zweite. Ja, da wäre es schon schwierig mit der Zeit zu erinnern. Ja, das ist einfach. Die uren Gegner kommen eben immer in einem höheren Level mit der Zeit. Okay. Ja. Ach, ja. Ich bin der Drohne, ich heiße das hier. Oh! Ah, jetzt eine Scheisse! Ich habe es gesehen! Ein Akkensystem, irgendetwas, ja. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Wir sind jetzt weiter, oder? Ja, das stimmt. Ja, proceed irgendetwas. Wir sind noch ein Strumpf. Wir sind noch ein homeschäft. Das war's für heute. Hup! Oh 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 I 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 mir, dass ihr mich unterstützt, dass ihr meine Videos guckt. Ich hoffe es bleibt dabei und ich hoffe natürlich es werden immer mehr und ja daher bis zum nächsten mal und tschau. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.